Ein Tee gegen Covid-19 gefällig? Aber gerne! Covid-19 gehört zu den akuten Atemwegserkrankungen, gegen die ich Naturstoffe finden möchte. Hierfür verwende ich virtuelle Vorhersagen und untersuche verschiedene Pflanzenextrakte. Da ich für die Analysen der virtuellen Vorhersagen viel Zeit am Computer verbringe, ist die Arbeit im Labor eine willkommene Abwechslung. Hier verwende ich verschiedene Trenn- und Analysemethoden, um vielversprechende Extrakte aufzutrennen und anschließend die enthaltenen Naturstoffe zu bestimmen und zu isolieren. Ich verwende computerunterstützte Programme, um die aktiven Naturstoffe zu identifizieren. Die Entdeckung eines Naturstoffs gegen Covid-19 könnte in weiterer Folge in der Medizin zur Anwendung kommen. Zudem möchte ich mit meiner Forschung zeigen, wie man traditionell verwendete natürliche Arzneimittel, damit moderne Methoden auf ihre Wirkung untersuchen kann. Ich habe bereits mein Studium an der Uni Wien absolviert und bin froh über die Gelegenheit, auch meinen PhD hier zu machen. Aufgrund der Aktualität meines Forschungsthemas kann ich mir vorstellen, auch weiterhin daran zu forschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.